Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ich habe versprochen, dass wir mit der Sira anfangen, anstatt den Naui-Hadithen Das erste Thema dauert immer ein bisschen länger als das zweite Deswegen fangen wir heute Insha'Allah mit der Sira unseres Propheten an Und machen an der Stelle weiter, weil wir letztes Mal stehen geblieben sind Und zwar hatten wir erwähnt, die Geschichte der Familie von Amnar und Yasir Möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nichts anderes tun konnte Als dass er bei ihnen vorbeigelaufen ist und gesehen hat, wie sie gestraft worden sind Und dann hat er einfach nur gesagt, freut euch Familie von Ammar und freut euch Familie von Yasir Denn ihr werdet das Paradies bekommen Oder wir werden sozusagen, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ihnen dadurch das Paradies versprochen Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam bedeutet, dass er hier den Menschen weder helfen kann Noch dass er ihnen schaden kann Und deswegen ist die einzige Quelle für uns, die uns nutzen kann Und bei der wir um Hilfe bitten können, ist Allah Subhanahu Wa Ta'ala Auch sein Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam konnte in dieser Situation nichts mehr helfen Die Gelehrten, das heißt die Tafsir Gelehrten, sagen folgendes Es gibt eine Eie im Koran, des Wortes Nahl Die heißt Wer ungläubig geworden ist, nachdem er den Glauben angenommen hat Es sei denn, jemand ist gezwungen worden Während sein Herz im Glauben Ruhe findet Wer allerdings seine Brust für den Kuffer auftut Auf ihn lastet Allahs Zorn Und er wird gewaltige Strafe bekommen Noch einmal die Eier Wer den Glauben Wer ungläubig geworden ist, nachdem er den Glauben angenommen hat Und jetzt kommt eine Ausnahme Und die lassen wir kurz weg Damit wir den Zusammenhang erst verstehen Wer ungläubig geworden ist, nachdem er den Iman angenommen hat Auf ihn lastet Allahs Zorn Und er wird gewaltige Strafe bekommen Und Allah subhanahu wa ta'ala Hat jetzt hier an dieser Stelle eine Ausnahme gemacht Er sagte Es sei denn, jemand ist gezwungen worden Während sein Herz im Glauben Ruhe findet Und das bedeutet, liebe Geschwister Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man glaubt Und dem, was man tut Und manche Leute, sie können nicht unterscheiden Zwischen dem, was man glaubt und dem, was man tut Und das ist unter den heutigen Muslimen auch teilweise noch vorhanden Und das ist die Aqida, der Khawarij Die Aqida, zum Beispiel Was bedeutet das? Wenn ihr jetzt jemanden seht Der Alkohol trinkt Dann diese Person, die Alkohol trinkt Normalerweise, wer trinkt Alkohol? Jemand, der kein Muslim ist Normalerweise, wer trinkt Alkohol? Jemand, der kein Muslim ist Das heißt, 99,99999% der Menschen, die Alkohol trinken Keine Muslimen Okay? Wenn du jetzt aber aus der bloßen Handlung daraus schließt Dass diese Person kein Muslim sein muss Das stimmt nicht immer Du hast meistens Recht Aber du hast manchmal auch Unrecht Und das Problem ist Du hast Unrecht Wenn es ein Muslim war Weil es kann nämlich sein, dass ein Muslim Alkohol trinkt Und trotzdem ein Muslim ist Er begeht eine schwere Sünde Aber dadurch, dass er etwas tut Was normalerweise nur ein Kafir macht Wird er deswegen nicht selbst Kafir, oder? Und deswegen hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Oder besser gesagt Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala Diese Ayah Einen Unterschied gemacht Zwischen dem, was der Mensch glaubt In seinem Herzen Und zwischen dem, was er tut Und deswegen nicht jede Person Die etwas tut Was normalerweise ein Kafir macht Ist deswegen auch Kafir Sondern es kann sein Sie hat das getan Wie in diesem Fall In der Ayah Es sei denn jemand ist gezwungen worden Und es gibt verschiedene Einwände Die einen davon abhalten Kafir zu werden Und eine davon ist die Ayah Und ich möchte das Thema jetzt nicht besonders ausweiten Aber eines davon ist die Ayah Oder der Hinweis in der Ayah Der Zwang Wenn jemand gezwungen wird Gegen seinen Willen Etwas zu tun Was er normalerweise nicht tun darf Dann ist das für ihn in diesem Moment keine Sünde Und Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Er sagte In dieser Ayah geht es darum Dass man gezwungen wird Etwas zu tun Was Kufr ist Was einen aus dem Islam Normalerweise rausbringt Und ich habe aber gesagt Wenn man gezwungen wird Etwas zu tun Was haram ist Das steht aber so in der Ayah nicht drin Aber In der Ayah steht drin Wenn man etwas tut Was Kufr ist Und das beinhaltet automatisch Alles andere Was weniger schlimm ist Logischerweise Das steht man auf Arabisch Mit Bab Tanbih Al Al A'la Bil Adna Al Adna Bil Adna So Das heißt man weist auf etwas hin Was In diesem Moment Verboten ist Und trotzdem erlaubt ist Dann ist andere Eine andere Sache Erst recht erlaubt Die viel weniger schlimm ist Das heißt wenn jemand Dich zwungen zu gehen würde Und dann würde dich sonst Im schlimmsten Fall Würde dich töten Wenn du das nicht machst Obwohl diese Sache Haram ist Kufr ist Und du machst sie trotzdem Um dieser Strafe zu entkommen Dann ist das für dich In diesem Moment Keine Sünde Und erst recht andere Sachen Die nicht Kufr sind Wenn Allah Der Kufr schon erlaubt hat Im Zwang Dann erst recht Aber es ist eine Bedingung Das Herz findet Ruhe im Glaube Das bedeutet Dass der Mensch Im Herzen Innen drin Immer noch hundertprozentig Davon überzeugt ist Dass der Islam Die Wahrheit ist Und das was er sagt Darf er eigentlich nicht sagen Sondern er hat es nur gesagt Um dieser Strafe Zu entkommen Dieser körperlichen Gewaltigen Strafe Zu entkommen Und Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Ja also Es gibt eine Überlieferung Und Dass damit Ammar ibn Yasir R.A. Gemeint ist Aber Diese Überlieferung Ist offensichtlich Mursel Das heißt Mursel ist eine Form der Nicht-Authentizität Von Überlieferung Aber Es ist auch Unerheblich Also ob es jetzt In Bezug auf Ammar Arab gesandt worden ist Oder ob es einen Anderen Offenbarungskund Oder ob wir ihn nicht kennen Ist völlig egal Weil die Eier ist glanzklar Wer den Unglauben annimmt Dacht Niemand gläubig geworden ist Es sei denn jemand Ist gezwungen Und findet im Herzen Dabei noch Immer noch Ruhe Wer allerdings Seine Brust Aufmacht Für den Unglauben Für den Kuffer Auch ihn Lastet Allahs Thorn Und Er wird Gewaltige Strafe Bekommen Und deswegen Ist das Eine 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 Warnung Für jeden Menschen Der Mit dem Islam Spielt Wenn man den Islam Annimmt Dann muss man sich damit Auch vorher befassen Kein Mensch zwingt dich Den Islam anzunehmen Aber Allah Subhanahu wa ta'ala Wird dich Am jüngsten Tag Zu etwas zwingen Und das ist eine Sache Von der man nicht fliehen kann Auch wenn man in diesem Leben Entfliehen kann Aber im Jenseits Wird man nicht entfliehen können Egal was man an Sünden begangen hat Und Liebe Geschwister Der Die Sahaba Haben viel gelitten Sodass Manche von ihnen Möge Allah Mit ihnen Zufrieden sein Folgendes Berichtet haben Al-Khabbab Ibn al-Arad Sagt Wir haben uns Beim Gesandten Allah Sallallahu Alayhi wa sallam Beschwert Das heißt Wir haben ihm Unser Leiden Vorgetragen Während er gerade Im Schatten Der Kaaba Lag Und sein Obergewand Als Kissen Benutzte Natürlich Diese genaue Beschreibung Liebe Geschwister Ist für den Inhalt Des Hadithes Völlig unerheblich Also eigentlich Ist es völlig egal Dass es im Schatten Der Kaaba war Und dass er dort lag Und das Aber was bedeutet Das trotzdem Für uns Das bedeutet Liebe Geschwister Dass der Überlieferer Khabbab In diesem Fall Sehr gut Im Gedächtnis Hat Was er erzählt Er sagt Nicht einfach nur Der Gesandte Allah Sallallahu Alayhi wa sallam Hat das und das Gesagt Das würden wir ihm Auch schon vertrauen Wir würden ihm auch Schon glauben Aber wenn er sich Genau noch an die Situation Erinnern kann Wie es in manchen Hadithen Ganz genau Wo er sich Das Sahabi Genau noch erinnern kann Was der Prophet Sallallahu Alayhi wa sallam Angehabt hat Dann in solchen Situationen Das beweist uns Dass er sich wunderbar Erinnern kann An das was der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Gesagt hat Und nicht den leisesten Zweifel hat Und auch die Verwechslung Sehr unwahrscheinlich ist Das heißt also Jemand der eine Situation So genau beschreibt Es vorzuziehen Gegenüber jemandem Der einfach nur so sagt Der Gesandte Allah Sallallahu alayhi wa sallam Hat etwas bestimmtes gesagt Deswegen solche Hinweise Sind nicht einfach Unnötig Sondern sie sind Und sie sind auch nicht Dafür da Weil sie die Geschichte Sozusagen lebendiger machen Und man sich jetzt vorstellen kann Wie liegt er Im Schatten der Kaaba Das ist nicht die Sache Sondern wichtig ist Dass man sich das Liebe Geschwister Also Hadith Technisch ist das wichtig Dann aufhin sagten sie Zum Gesandten Allah Sallallahu alayhi wa sallam Willst du denn nicht Allah für uns Um Hilfe bitten Willst du denn nicht Allah anbeten Zu Allah beten Dua machen Dass er uns hilft Daraufhin sagte der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Und dieser Hadith Ist überliefert Ins Sahih al-Bukhari Daraufhin sagte der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Um ihnen klar zu machen Dass das Was sie bisher erlebt haben In Makkah Und die Geschichten Die wir bisher erzählt haben Über die Sahaba Dass das nichts ist Im Vergleich zu dem Was manch einer Vor ihnen Bereits erlebt hat Und er sagte Sallallahu alayhi wa sallam Unter den Leuten Vor euch Gab es manche Für die man Ein Loch In den Boden Gegraben hat Und dann hat man Ihn in dieses Loch Gelegt Und dann hat man Eine Säge gebracht Und diese Säge Hat man Seinen Kopf Angesetzt Und dann hat man Seinen Körper In zwei Teile Gesägt Und all dies Hat ihn nicht Von seiner Religion Abgebracht Und man hat Einen Kamm Gebracht Einen eisernen Kamm Gebracht Und hat damit Zwischen Fleisch und Blut Ihn gequält Und gekämpft Und all dies Hat ihn nicht Von seiner Religion Abgebracht Bei Allah Allah wird Diese Angelegenheit Vollenden So dass Eines Tages Ein Reiter Von Sam'a Bis Hadramaut Reiten kann Und vor niemandem Angst haben muss Außer vor Allah Oder vor dem Wolf Wegen seiner Schafe Doch ihr habt es Eilig Euer Problem ist Ihr habt es Eilig Dieser Hadith Liebe Geschwister Ist ein Ein Hadith Durch den Jeder Mensch Der geprüft wird Von Allah Subhanahu wa ta'ala Wieder auf den Boden Der Tatsachen Zurückkehrt Und sich bewusst Macht Dass das Was er erlebt Für seine Religion Nichts ist Im Vergleich zu dem Was andere Menschen Erlebt haben Guckt mal Ich hab euch das Beispiel von Von der Aya Gerade eben Gebracht Wo Allah Subhanahu wa ta'ala Erlaubt hat Dass man Wenn man Gezogen wird Wenn man Getötet würde Dann dürfte man Um dieser Um dieser Qual zu entkommen Etwas sagen Was Kufr ist Und man würde Nicht aus dem Islam Austreten Und trotzdem Gab es Leute Die noch Standhafter Sind als das Leute Die gesagt haben Nein Ich bin Muslim Und lebe Für den Islam Und es wird Mich nichts Davon Abbringen Nicht einmal Äußerlich Nicht einmal Äußerlich Und sie haben Es ausgehalten Bis man sie Getötet hat Und deswegen Und die Sahaba Haben diese Diese Sache Noch nicht Durchgemacht Außer Manche von ihnen Die Shahid geworden sind Aber nicht Diejenigen Die zu Kaaba Gekommen sind Und gesagt haben Mach für uns Dua Damit wir Dieser schwierigen Phase Entkommen Was der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Liebe Geschwister Uns damit sagen will Ist Dass man Je stärker Der Iman Im Herzen ist Desto mehr Geduldig ist Desto geduldiger ist man Und desto mehr hält man aus Und desto weniger Wird man nachgeben Und weil manche Leute Bei den kleinsten Prüfungen schon Versagen sie Bestehen sie nicht Die kleinste Prüfung Die kleinste Sache Wo er sich entscheiden muss Mach ich für Allah Und unterlasse ich Etwas Von dieser Welt Etwas Wovon ich profitieren könnte Oder Nehme ich das Was ich profitieren kann In diesem Leben Und unterlasse ich Das was Allah Subhanahu alaihi wa sallam Eigentlich von mir will In den kleinsten Prüfungen Schon Zeigt sich bei Menschen Leuten Dass der Iman Nicht so stark ist Dass sie Dieser Sache Entgegnen könnte Und deswegen Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Hat dieses Beispiel Gesagt Wie gesagt Man hat ihnen Ein Loch begraben Damit die Person Nicht entfliehen kann Man hat ihn da reingesteckt Und dann hat man Eine Säge angesetzt Und man hat ihn Im wahrsten Sinne Des Wortes Zweigeteilt Und all dies Hat ihn nicht Von seiner Religion Abgebracht Er hat trotzdem Nichts gesagt Was Kofr ist Und trotzdem Ist ein Muslim Geblieben Und er hat nicht gesagt Wie kann Allah mich prüfen Ich bin doch Muslim Allah sollte doch Mit mir zufrieden sein Und wenn Allah Mich so quält Dann ist es ein Beweis Dass er mit mir Nicht zufrieden ist Oder dass meine Religion Falsch Oder so etwas Ein Quatsch Das überhaupt Hat er diese Person Nicht gesagt Oder man hat sie Gefoltert Auf die extremste Art Und Weise Wie ich euch gesagt habe Man hat etwas genommen Wie ein Eisenkamm Und hat damit Die Person Zwischen Fleisch Und Blut Also Gequält Und all dies Hat er von seiner Religion Nicht abgebracht Und der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Macht uns Hoffnung Und er sagt Ich schwöre bei Allah Allah wird diese Angelegenheit Vollenden Das heißt Der Islam Hat angefangen Auf dem Berg Hira Im Sinne von Da kam die erste Offenbarung Und danach Ein Sahabi Zwei, Drei, Drei, Vier, Fünf, Sechs Und so weiter und so fort Hunderttausend Mehr als hunderttausend Weit mehr als hunderttausend Waren es Als der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Gestorben ist Heutzutage Man sagt Circa eine Milliarde Muslim Und es wird eine Zeit kommen An der Allah Diese Angelegenheit Vollenden wird Das heißt Der Islam wird überall sein Der Islam wird überall sein Und es wird niemanden geben In dessen Haus der Islam Nicht eingedrungen ist Und dann sagt der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Es wird so sein Das war eine Prophezeiung Die er gemacht hat Früher Und die sich schon Längst bewahrheitet hat Und zwar sagt er Es wird so sein Dass ein Reiter Von San'a Na Hadra Maut Reisen kann Ohne Angst haben zu müssen Außer vor Allah Oder vor dem Wolf Wegen seiner Herde Wegen seinen Schafen und Ziegen Und damit ist gemeint Gerade früher Liebe Geschwister Gab es In der arabischen Halbinsel Keine Sicherheit Und es gab Banditen Auf Arabisch Sobald dann eine Karawane kam Von Reisenden Kamen die Kamen diese Banditen Und haben sie einfach überfallen Und haben einfach gesagt Geld raus Oder weiß nicht was Und das war eine 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 Deswegen haben wir am Anfang Kennengelernt Dass der Groß Eine der Großväter Des Propheten S.A.W. Extra mit den Verschiedenen Stämmen Verschiedenen Stämmen Auf den Weg Zwischen Mekka Nach Damaskus Oder nach Jemen Oder wo auch immer Abkommen gemacht hat Damit sie sicher Reisen können Weil sie Sie lebten von der Tejara Sie lebten von dem Handel Und damit sie Sicher reisen können Haben sie diese Abkommen gemacht An den verschiedenen Stellen Haben ihnen gesagt Wenn ihr uns Durchlässt Und uns Sicherheit Gewährt Bekommt ihr So und so viel Geld dafür Und Diese Sicherheit Haben sie sich Sozusagen Erkauft Wenn natürlich Jemand mehr Geboten hat Dann war es Durch Und Der Prophet S.A.W. Hat durch Allahs Erlaubnis Das auch Geschafft Allerdings nicht mit Geld Sondern mit dem Iman In dem er die Herzen Vereinigt hat Und Sona Ist eine Stadt Und Hadramaut Ist eine Andere Gegend Im Nordosten Jemens Und Sona Ist entweder Die heutige Hauptstadt Vom Jemen Das kann damit Gemeint sein Und dann wäre Zwischen Sona Im Jemen Und Hadramaut Im Nord Jemen Nordosten Jemens Wäre eine Tagesreise Von damit Über 5 Tage gewesen Aber es kann Auch damit Gemeint sein Es gibt eine Zweite Stadt Die ist In In der Nähe von Damaskus In der Nähe von Damaskus Und Ibn Hajar Bevorzugt Dass damit Die Hauptstadt Jemens Gemeint Gemeint ist Wallahu A'la Es geht darum Dass der Prophet Sallallahu Aleyhi Sallam Prophezeit Hat Dass die Menschen Sicher Durch die Arabische Hand Reisen Können 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 Ohne Angst Haben Zu Müssen Und Eine Sache Die sich Zweifellos Bewahrheitet Hat Schon seit langer Zeit Alhamdulillah Doch Ihr habt Es Eilig Das ist Das Problem Der Mensch Möchte Gerne Sein Ziel Sehen Obwohl Wir Immer Wieder Sagen Es Ist Überhaupt Nicht Wichtig Dass Man Das Ziel Sieht Es Ist Überhaupt Nicht Wichtig Dass Man Sieht Wie Der Islam Die Oberhand Gewinnt Denn Der Islam Wird Die Oberhand Sowieso Gewinnen Ob Du Da Bist Oder Nicht Da Bist Weil Das Im Koran Schon angekündigt Und Versprochen worden Und Und Der Punkt Ist Nur Wie Viel Trägst Du Selbst Dazu Bei Das Alles Je Mehr Du Dazu Beiträgst Desto Erfolgreicher Wirst Du Sein Und Desto Mehr Wirst Du An Der Belohnung Teilhaben Am Jüngsten Tag Ebenso Sagte Der Gleiche Überlieferer Liebe Geschwister Er Sagte Ich war Schweißer Schweiß Hat Jetzt heißt In der Vorislamischen Zeit Und Er 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 uns, dass er für einen Mann ein Schwert hergestellt hat. Der Mann hieß Al-Az ibn Wa'il. Und er ist dann zu diesem, nachdem er den Islam angenommen hat, ist er zu diesem Mann hingegangen und hat ihm gesagt, pass auf, ich habe dir mein Schwert hergestellt damals. Ich möchte bitte meinen Lohn dafür haben. Und der Mann hat zu ihm gesagt, nein, ich gebe es dir nicht, bis du ungläubig wirst. Er hat gesagt, hat der Takfura, die Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, bist du nicht mehr an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glaubst. Mach die Gruppe so schön, dass man so alle in der Gruppe hat. Ich habe schon gemerkt, es gab Probleme mit der Zeitumstellung. Habt ihr gedacht, dass die Zeitumstellung, die Zeit des Unterrichts auch? Ne, wir bleiben bei 19 Uhr inshallah. Das ist ganz praktisch inshallah. Ja, also die Sache ist so. Er hat dann zu ihm gesagt, ich möchte mein Geld bitte haben. Und hat zu ihm gesagt, nee, kriegst du nicht, bis du wieder an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht mehr glaubst. Bis du nicht mehr an ihn glaubst. Und dann sagt er zu ihm als Antwort, nee. Es ist vielmehr so, erst wird Allah dich sterben lassen, dann wird er dich auferwecken. Und dann sagte der Mann als Antwort zu ihm, also er will damit sagen, ich glaube fest an diese Botschaft. Du brauchst es mir nicht geben, das Geld, aber du musst aufpassen, du wirst sterben und Allah wird dich wieder auferwecken. Dann sagte der Mann zu ihm, okay, es ist kein Problem, lass mich ruhig. Erstmal sterben und dann werde ich auferweckt. Das sagt der Kafir, der Asir Mura'il. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir viel Geld geben und Kinder geben und ich werde dir diese Rechnung begleiten. Weil er hat das aus Spaß gesagt und er macht sich lustig darüber, weil er selbst reich war. Weil er selbst reich war und Kinder hatte. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Ayat im Koran herabgesandt. Und zwar sind das die Ayat von Surat Taha am Ende. Was meinst du wohl zu denjenigen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, mir wird ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben. Hat er etwa Einblick in das Verborgene gewonnen? Oder hat er vom Al-Abama eine Verpflichtung entgegengenommen? Keineswegs. Wir werden aufschreiben, was er sagt und ihm die Strafe noch verlängern. Und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommen wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat die besten Worte, liebe Geschwister, in diesem Zusammenhang gewählt. Er sagt, lass mich ruhig sterben und ich werde auch mal weg werden, kein Problem, dann werde ich von meinem Geld und von meinen Kindern, die ich habe, werde ich dir diese Rechnung begleiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala entgegnet diesem und sagt, was meinst du zu demjenigen, der unsere Zeichen leugnet? Die Ayat. Die Zeichen sind die Ayat. Die Ayat des Koran. Die Ayat des Koran. Und sagt, mir wird ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben in der Zukunft. Hat er etwa Einblick bekommen in das, was in der Zukunft geschehen wird? Oder hat er von Allah subhanahu wa ta'ala eine Verpflichtung entgegengenommen? Hat sich Allah zu etwas verpflichtet? Im Gegenüber? Hat er irgendein Versprechen bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er, wenn er gestorben ist, auch seine Kinder und sein Geld bekommen wird? Nein. Kalla. Keineswegs. So ist es nicht. Und er weiß es selbst, dass es nicht so ist. Und er weiß selbst, dass er lügt. So wie jeder Mensch, der die Botschaft leugnet, weiß, dass er kein Argument hat, die Botschaft zu leugnen. Und Allah sagt, wir werden aufschreiben, was er sagt und ihm die Strafe noch verlängern. Und ihr wisst, das Jahr nach Qiyama wird jeder Mensch ein Buch in seiner Hand bekommen, entweder in die rechte oder in die linke. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, darum, dass er uns unser Buch in die rechte Hand geben wird. Und dann wird er in diesem Buch alles vorfinden, was darin steht. Und Al-Asr bin Wa'il wird vorfinden, dass er diesen Satz gesagt hat, mir wird ganz gewiss Geld und Vermögen gegeben werden. Und Allah sagt, wir werden ihm noch die Strafe verlängern. Allahu alai. Allah bewahr uns dafür. Und Allah sagt, und wir werden von ihm das erben, was er gesagt hat. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Koran, dass er der Erbe ist, der Himmel und Erde. Gemeint ist was? Gemeint ist, liebe Geschwister, jeder von uns wird eines Tages den Tod kosten. Jeder von uns. Allah sagt, kullu nafsin za'iqatul ma'at. Jede Seele wird den Tod kosten. Wenn er gestorben ist, hat er Nachkommen, hat seine Kinder, hat seine Frau, seine Eltern, wie auch immer, die ihn erben. Und die Nächsten werden wieder sterben und sie werden wieder ihr Vermögen und den Nächsten weiter erben, vererben und so weiter und so fort. Und eines Tages werden die letzten Menschen gestorben sein. Und eines Tages wird Himmel und Erde vergehen. Das alles, was Allah erschaffen hat, wird es nicht für immer geben. Und dann, wer ist dann derjenige, der all das erben wird? Allah subhanahu wa ta'ala. Alle sind gestorben, es gibt nur noch ihn subhanahu wa ta'ala, er wird alles bekommen. Und deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala der Erbe von allem. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch hier, und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommen wird. Einzeln, ohne seine Leute, die er gehabt hat in diesem Leben, die ihn gestärkt haben, die ihm hier geholfen haben gegen Chabbab ibn al-Arad, dass er ihm sein Geld genommen hat, unrechtmäßigerweise. Das konnte ein Makkah machen, weil die Leute standen hinter ihm. die höchste Schar in der Quraysh, al-Mala al-Aala, wie man sagt, die waren hinter ihm. Deswegen konnte er, er hätte niemals eine Anzeige einrechnen können oder sonst irgendwas. Niemand hätte ihm dabei geholfen. Aber johm al-Qiyama, es wird all das nicht mehr geben und er kommt ganz allein. Und er kommt ganz alleine, auch ohne seine Kinder, von denen er behauptet hat, dass sie ihm helfen würden. Und das ist die Sache, jeder von uns, johm al-Qiyama, wird nicht nur ganz allein kommen, sondern wie der Prophet, sallallahu al-Qiyama, gesagt hat, sogar ohne Kleider wirst du kommen. Nichts. Keine Brille, keine Hosen, keine Hemden, nichts. Ganz alleine, wie Allah dich erschafft hat, so wirst du kommen. Und der Erste, der gekleidet wird, ist Ibrahim, al-Qiyama. Und was wird dich dann beschützen? Und was wird dir dann helfen? Nur das, was du getan hast. Nur das, was du getan hast, wird dir an diesem Tag nützen können. Und diese Überlieferung, die vorgesagt, auch in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Die Qurayshiten, wie ihr am Anfang der unserer Sira-Entrechte erwähnt haben, sie haben in der vorislamischen Zeit einen Pakt geschlossen. Das heißt, Hilf al-Fadul. Dieser Pakt, den sie geschlossen haben, der Sinn war, war, dass man sich gegenseitig hilft gegen die Starken. Beziehungsweise, dass man dem Armen sein Recht erkämpft. Dem Unterdrückten die Unterdrückung abnimmt. Dass man jedem hilft. Das war der Sinn von Hilf al-Fadul, dass man den Armen hilft. Nach circa 20 Jahren haben sie dieses versprochen gebrochen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und seine Freunde, sie waren die Schwachen. Und sie waren jetzt plötzlich die Unterdrücker. Und da sieht man, wer keine Rechtleitung hat von Allah subhanahu wa ta'ala, wer sich nicht an einem Buch orientiert von Allah und einer Sunnah von eines Propheten und seine Neigung unterdrückt und beiseite lässt, der wird jedes Gesetz so ausnutzen, wie er es haben möchte. Er wird jedes Gesetz, die haben das Gesetz gemacht, man hilft den Schwachen und nachher haben sie es selbst gebrochen, nachdem sie selbst nicht mehr die Schwachen waren. Weil als sie selbst die Schwachen waren, haben sie sich zusammengetan und haben sich gegenseitig geholfen. Ein gläubiger Mensch, ein Muslim, ein Muqmin, für ihn ändert sich solch ein Gesetz nicht, nur weil die Zeit vorangeschritten ist oder weil er plötzlich in einem anderen Land lebt, sondern egal wo er ist, er unterstützt den Unterdrückten gegen den Unterdrücker und den Ungerechtbehandelten gegen denjenigen, der ihn ungerecht behandelt hat. Und diese Sache kann nur der Iman machen. Und deswegen, liebe Geschwister, Gerechtigkeit auf dieser Welt kann es nur geben mit Iman an Akhirah. Weil der, also Iman an den Tag der Auferstehung, des Jenseits. Denn derjenige, der, sage ich mal, Macht hat in diesem Leben und der von niemandem zur Rechenschaft gezogen wird und der machen kann, was er will und niemand wird ihn ins Gefängnis stecken und niemand wird ihn irgendwie bestrafen. Warum sollte er sich an das Gesetz halten seines Landes oder weiß nicht wo? Es sei denn, er glaubt fest daran, dass er Allah subhanahu wa ta'ala nicht entfliehen kann. Wenn man das in die Herzen der gläubigen Menschen gesetzt hat, dann braucht man keine Angst haben. Und deswegen, wenn man das gesetzt hat in die Herzen der Kinder, seines eigenen Kindes, wenn du das als Vater gepflanzt hast in dein Herz deines Kindes, dass er Allah zu fürchten hat und nicht seinen Vater, dass er auf Allah zu hören hat, dass er auf achtet, dass er von Allah gesehen wird, egal wo er ist und nicht von der Polizei oder von irgendjemand anderes, dann brauchst du um ihn keine Angst haben. Und deswegen gibt es eine schöne Erzählung von Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumma. Abdullah ibn Umar, der edle Freund des Propheten sallallahu alayhi wa sallam, der hat einen Sohn gehabt. Und das Ereignis, was ich euch jetzt erzähle, ist geschehen nach dem Tod des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Er saß mit seinem Sohn bei al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thakafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thakafi war der Stadthalter von Makkah und er gilt unter den Gelaten als ein Mensch, der viel Schlimmes gemacht hat. Viel Schlimmes gemacht hat. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, er saß mit Abdullah ibn Umar und seinem Sohn in einer Sitzung und dann hat al-Hajjaj zum Sohn von diesem Sahabi gesagt, zum Sohn von Abdullah. Also nochmal, wir haben einen Mann heißt Hajjaj, das ist der Stadthalter. Dann haben wir Abdullah radiyallahu anhu und dann haben wir seinen Sohn. Ich weiß nicht in der Belieferung, welcher Sohn das ist, ob das Salim war oder ein anderer. Dieser Sohn, Salim, hat jetzt von dem Hajjaj angeordnet bekommen, hat zu ihm gesagt, pass mal auf, ich bin der Stadthalter, ich habe das Sagen hier und kennst du die Person so und so? Nimm sie, führe ihn aus der Stadt hinaus und töte ihn. Ich will ihn loswerden. Abdullah hat nichts gesagt, radiyallahu anh. Und sein Sohn hat gesagt, kein Problem. Als Ihnen genommen, macht euch bewusst, Abdullah radiyallahu anh. Sagt nichts. Sagt gar nichts. Wie würdest du reagieren? Stell dir vor, weil du bist der Vater und das ist dein Kind. Und jemand sagt seinem Sohn, ich mache das und das und töte ihn. Egal wer es ist. Auch egal wer. Der Mann, der Sohn von Abdullah nimmt ihn mit aus der Stadt hinaus. Als er draußen war, hat er ihn gefragt, hast du heute das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet? Sagt er ja. Er sagt, okay, pass auf, du siehst den Weg hier links und den Weg rechts, such dir einen aus und hau ab. Weil der Hajjaj hat mir aufgetragen, dass ich dich töten soll. verschwindet. Und der Mann hat die Initiative ergriffen und ist weg. Abgehauen. Da kommt der Mann zurück, zur Sitzung zurück von Al-Hajjaj und Abdullah ibn Umar und sagt, dann sagt Al-Hajjaj zu ihm, und hast du gemacht, was ich dir gesagt habe? Sagt er, nein. Er sagt, wieso nicht? Ich habe dir doch gesagt, du sollst ihn ausgehen und ihn umbringen. Dann sagt er zu ihm, wir sind hinausgegangen. Und ich habe ihn gefragt, hast du dein Hajjaj-Gebet verrichtet in der Gemeinschaft? Und er sagte, ja. Und dann habe ich gesagt zu mir selbst, ich kann doch nicht jemanden töten, der im Schutz Allah ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wer das Hajjaj-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, ist der Schutz Allah. Und ich würde niemanden töten, denn der Schutz Allah kann ich nicht machen. Ich hätte das schon mal vor. Und deswegen, das Interessante an der ganzen Geschichte, liebe Geschwister, meine Meinung, ist die Reaktion von Abdullah, der Vater. Warum hat der Vater nichts gesagt? Warum hat der Vater seinem Sohn nicht irgendwie gesagt, fürchte Allah, mach das nicht oder weiß ich was? Warum? Die Antwort ist ganz einfach. Weil Abdullah ibn Umar, der Freund des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, er hat seinen Sohn selbst erzogen. Er weiß seinen Sohn innen ausfindig. Er hat den Iman in seinen Herzen gepflanzt durch Allahs Allah. Er hat ihn erzogen als einen Muslim. Er hat ihn erzogen als gottesfürchtigen Menschen, der nicht sein Vater Abdullah fürchten soll, weil er ein Sahabi ist, sondern er soll Allah fürchten. Und Allah sieht ihn überall. Abdullah sieht ihn nicht überall. Und deswegen, die Geschwister, hat er keine Angst um seinen eigenen Sohn gehabt. Wie dem auch sei, in einer weiteren Erzählung, die auch klar macht, wie schwierig die Situation damals gewesen ist. Und mit dem Punkt mache ich dann inshallah Stopp, damit ich noch vor dem Maghrib gebeten mit der Sira machen kann. Und mein Vorschlag ist, dass wir nach der Sira dann, falls es Fragen gibt, die Fragen nehmen können. Weil letztes Mal haben wir das nicht gemacht. Abdurrahman, Ibn Auf und manche seiner Freunde sind zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gegangen. Und sie haben zu ihm Folgendes gesagt. O Gesandte Allahs, als wir Götzendiener waren, ging es uns gut. Und nachdem wir den Islam angenommen haben, geht es uns schlecht. Er sagte, wortwörtlich, als wir Götzendiener noch waren, früher, haben wir ehrenvoll gelebt. Kunna a'izda. Und nachdem wir den Islam angenommen haben, sind wir ein Niedrigte geworden. Adhilla. Und sie wollen sich beschweren. Aber nicht, dass sie unzufrieden waren mit der Sache. Nein. Es geht nicht hier nicht darum, die Geschichte, dass sie bereut, den Islam angenommen haben. Nein. Es geht darum, dass in der mechanischen Periode, wie wir gesagt haben, in der Zeit vor der Hijra, vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, durften sie sich nicht wehren. Dürften sie sich nicht wehren. Sondern sie mussten sich das gefallen lassen, was ihnen passiert. Und sie mussten Geduld zeigen und sie mussten einfach sich friedlich abkehren. Sie mussten den Konflikten aus dem Weg gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal wurde fast erwürgt, wie wir gesagt haben, bei der Kaaba. Abu Bakr konnte nicht mehr machen, als hingehen und ihn davor retten. Er konnte nicht seine Leute rufen und den anderen dann sozusagen zusammenschlagen. Das hätte er nicht machen dürfen. Sie mussten sich einfach zurückhalten. Und deswegen wollten sie eine Erlaubnis haben, Abdurrahman und seine Leute, sie wollten Erlaubnis haben, sich zu wehren. Naja, wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nein, mir ist angeordnet worden, mich abzuwenden, deswegen bekämpft sie nicht. Haltet eure Hände zurück. Daraufhin, nachdem sie nach Medina ausgewandert sind, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen angeordnet, sich zu wehren. In Surah al-Hajj ist die entscheidende Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihnen angeordnet hat, jetzt dürft ihr euch wieder wehren. Und dann hat ein Teil von ihnen ist nicht dieser Anordnung Allahs gefolgt. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Ayah herabgesandt, in Surah al-Nisa, Verse 77, hast du nicht diejenigen gesehen, zu denen gesagt worden ist, haltet eure Hände zurück, nicht angreifen, nichts machen, haltet eure Hände zurück und betet und fastet und betet und entrichtet die Zakat wie wir alle Alhamdulillah. Beten, Fasten, Leute, ihr sollt beten, ihr sollt fasten, seid friedlich, seht ihr die Parallelitäten? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als ihnen dann auferlegt worden ist der Kampf, dann war es so, dass ein Teil von ihnen die Menschen genauso gefürchtet hat, wie Allah oder sogar noch mehr gefürchtet hat als Allah. Und das ist das Problem. Und deswegen, liebe Geschwister, soll man nicht etwas sagen, was man nachher nicht verwirklichen kann. Der Mensch soll ehrlich mit sich selbst sein. Allah verabscheut es, dass man etwas sagt und es nachher nicht einhält. Allah sagt ja im Koran, und ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die gesagt haben, in Surah al-Sawf, am Anfang sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert ist es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Und deswegen sagt man nicht, es sei denn, man ist überzeugt davon, dass man das auch umsetzen kann. Weil wenn man sagt, insha'Allah, wenn ich Ferien habe, dann werde ich meine Zeit ausnutzen. Und ich werde den Islam, ich werde ein bestimmtes Thema Islam lernen. Ich werde die 40 Naui Hadithe lernen und verstehen. Und insha'Allah, fünf Seiten im Koran auswendig an meinen Ferien. Oder wenn es 30 Tage sind, mache ich jeden Tag eine Seite und so weiter und so fort. Wenn man das vorhat, Allah wird einen belohnen dafür, auch wenn man es nachher nicht umsetzen konnte, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber wenn man sagt, man wird es tun und nachher man bekommt die Möglichkeit, macht es trotzdem nicht, dann war es leeres Gerede. Ich will nicht sagen, es war haram, weil es ist ja keine Pflicht gewesen. Aber wenn man sagt, oh Allah, egal was du von mir verlangst, ich werde es umsetzen. Und nachher setzt man es nicht um, das was anbaut. Das ist natürlich ein Problem. An dieser Stelle, Barakallahu al-Faikum, mache ich zwei Minuten Pause für mich und für euch und dann mache ich danach mit der Sira weiter, Barakallahu al-Faikum. Mit den Hadithen, meine ich. Ich glaube, es wird es.